Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Adopt Me. Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Bambi Bubbles und willkommen zu einem neuen Video zurück. Ich hab ja auch schon meine Snow Owl dabei und ja. Schließlich ist auch, solange ich das Video nicht gemacht, ein Video nicht gemacht habe, ist auch ein kleines Mini-Update hier gekommen. Zum Beispiel, wenn ich hier auf meine Snow Owl draufklicke, kann ich hier sehen, Can Ride und sie ist Junior. Ja, und ich kann auch sehen, dass sie ein Legendary ist. Legendary. Ups, lecker. Lecker. Hier kann ich irgendwas mit dem Stern machen, ich weiß nicht, was das bedeutet und ich kann sie auch unequipfen. Irgendwie fand ich es besser, wenn man einfach gleich draufklicken konnte oder ich hab mich einfach noch nicht dran gewöhnt. Und ja. Auf jeden Fall wollte ich mir vornommen, jetzt eine Fly Potion zu kaufen, weil ihr seht, meine Snow Owl ist Ride und ich will sie Fly machen. Und ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal zu dem Haus, wo man die Fly Potions kaufen kann. Auf jeden Fall habe ich auch dieses Witches Car bekommen oder was das ist. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr nah am goldenen Eck dran. Ich wusste jetzt eigentlich nicht, wir haben gerade die Worte einfach gefehlt, wirklich. Ich nehme jetzt einfach mal das Hover Bot, weil dieses schnelle Car, also dieses Witches, diese Hexen, ja, den kann ich irgendeiner nicht back im Boden. Nein. Nein. Warum passiert mir das? Das ist gerechnet jetzt, wirklich. Also, und ja, weil dieses Witches Car oder dieses Hexen Car kann ich einfach nicht fahren, dieses Hexen Auto da, weil es schon ein bisschen schnell ist. Äh, nein, ich will es nicht, bitte nicht. So, jetzt. Und auf jeden Fall Dankeschön für die 110 Abonnenten waren es, glaube ich. Hat sich echt vermehrt und ja, Dankeschön auf jeden Fall für die, die geliked oder abonniert haben. Oder einen Kommentar, das da gelassen haben. Oder beides. Wirklich, mir fehlen heute wirklich die Worte. Hier ist es auf jeden Fall schon und ja. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Irgendwie. Und die, meine Snow Oil kriegt jetzt auch schon wieder Hunger und Durst. Hier sind die Flat Potions, ich werde mir jetzt eine holen und jetzt kaufen. Ich habe eine, um sie denkt sich, was ist. Seht euch das an. Auf jeden Fall werde ich sie jetzt fly machen und da. Hier, trinkt das. Trinkt es. Guckt mal die Augen an. Ich will fliegen. Oh mein Gott, ist das cool. Wow. Cool. Cool. Das macht Spaß. Also das hat sich, denke ich, mal gelohnt. Juhu. Auf jeden Fall ist sie jetzt hier. Fly and Ride. Richtig cool. Und ja. Auf jeden Fall ist dann auch, ups, ein Momentchen. Jetzt hole ich sie wieder raus. Habe ich, äh, ist auch das Ocean Egg rausgekommen. Wie ihr hier an der Seite seht. Ich muss mal den Chat zu machen. Das nervt bestimmt. Oh ne, Crip unten. Ach, weg. Crip. Crip. Ja, Crip. Ja. Wirklich. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich nicht hochkommen. Ja. Äh, nee, doch. Das Ocean Egg ist da. Auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich nicht gleich ein Video gemacht habe. Auf jeden Fall sieht jetzt hier alles. Die, ähm, Nursery. Sieht jetzt eigentlich voll mehreres aus. Also voll zum Ocean Egg angepasst. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Und wenn man reingeht, dann. Wie schön das alles ist. Also wirklich. Die haben sich echt Mühe gegeben. Und ja. Hier sind die Ocean Eggs. Ich schau mal, wie viel 200 Bucks kosten. Damit die vielleicht, ähm, äh, wir das Ocean Egg kaufen könnte. Und damit euch auch nachmachen würde. Leute, Entschuldigung. Mir fehlen heute einfach die Worte. Ich kann gar nichts mehr sagen, wirklich. Ich lege es jetzt kurz schlafen. Und dann gebe ich meiner Snow auch was zu essen. Vielleicht kommen das ja ein paar Bucks. Und dann kaufe ich mir einfach noch die 200. Und ja. Schlaf, 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 schlaf. Lässt sich aber auch viel Zeit. Sie ist pretty. Juhu. Und wir dann sind jetzt erstmal in der Runde. Und hier hast du ein Sandwich zu essen. Ja, sie ist eigentlich auch so, wenn sie, also sie ist eigentlich auch so, wo ich sie dir Fly Potion gegeben habe. Also, wir haben jetzt 40. Leute. Ich kaufe mir jetzt hier das mal kurz noch. Dankeschön. Jetzt haben wir 700. Ich melde jetzt kurz noch auf eine Aufgabe warten. Vielleicht wenn ich einfach Oma eine. Damit ich dann, ähm, äh, eine O-Schnack kaufen kann, ja. Äh, und ja, ich habe ja schon mal, ich habe schon mal eine O-Schnack. Oh, O-Schnack, ja. Ich habe schon mal ein O-Schnack aufgemacht. Äh, da der Delfin ist dann rausgekommen. Auf jeden Fall süß. Und ja, da gibt es noch diesen Dings hier. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Diesen Delfin gibt es. Diesen Krebs dann. Ich hoffe, ich vergesse keinen Pets. Dann gibt es noch, äh, Hi. Ähm, ähm, Moment. Das musst du schon. Aber ich will mir noch kurz. Dann gibt es noch diesen Narwal. Ähm. Und diesen Fisch. Ich muss jetzt über euch schauen. Und es gibt noch dann diesen Shark, also diesen Hai. Und dann noch, äh, gab es nicht noch hier einen Tier... Ja, diesen Thunfisch, ja. Thunfisch. Tintenfisch. Denn, dass ich jetzt alle Sachen gesagt habe, ich bin mir nicht sicher. Und wenn, dann, ja, ist auch nichts mehr schlimm. Hätte statt... Wow. Perfekt eigentlich. Wirklich. Oh, und, ja. Ein, ich habe meinen Bad umgeändert. Ein bisschen was hat meine Freundin gemacht. Ich finde, das hat sie richtig schön gemacht. Und, ja. So, und jetzt kannst du duschen. Duschen. Äh. Nicht den Delfin. Den Delfin. So. Der sieht ein bisschen gelangweilt aus. Oder eher gesagt, der Möffel fehlt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Hier so. Wer ist das? Ernsthaft? Gut, dann müssen wir eben jetzt nochmal dorthin. War ja klar, dass das nicht gereicht hat. Ich will den Ocean Eck haben. Da fährt einfach rein ein Motorrad im Wasser. Okay. Ja, da sind ein paar Leute. Oh mein Gott, da ist jemand der Narwal. Ich dachte irgendwie, der Narwal wäre als erstes, dachte ich, sagenhaft. Bloß, dann habe ich gesehen, dass er rare war. Hier oben, wo es jemand bekommen hat. Und ihr unterhaltet euch sehr viel, oder? Hier ist eine Kiste ohne süß. Und jetzt gehen wir rein. Oh mein Gott, da hat jemand zwei Ocean Eck's. Oh, oh. Hallo, hellöchen. Komm, wir versuchen mal, da durchzukommen. Äh, ich bin... Oh, hier ist es cool. Ja. Schön, oder? Delfin. Jetzt kann ich mich mal holen. Äh, ich teleportiere mich jetzt einfach zu den Geschenken. Äh, zu den Geschenken, ja. Zu den, äh, zu den... Zu den Eiern. Und ja. Kaufen. Gekauft. Und es erscheint irgendwie nicht. Er scheint. Hallo? Jetzt. Ich konnte gerade irgendwie voll schlecht lenken. Hallo? Oh, lecker. Wir können ja mal versuchen, hier so rauszukommen. Äh, aber dazu brauchen... Das geht leider ein bisschen schlecht, weil, ähm, das Ocean kann ja nicht reiten und fliegen. Deswegen machen wir es halt viel irgendwann mal, ja. Ähm, ja. Äh, ja. Komm, wir gehen zum Spielplatz. Ich bin gespannt, was da aus dem Oceanac rauskommen wird. Ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Weil die Ankamenpads, also diese Häufigen und Ankamen, sehen eigentlich voll cool aus. Auch... Sie sehen auch irgendwie aus, als ob sie sagenhaft oder so wären. Oh, macht das Spaß. Jetzt mal auf den Baum. Uah. Hä? Bin ich... Bin ich auf dem Ast gelandet? Oh mein Gott, ich bin einfach auf dem Ast gelandet. Komm, versuche ich hier wieder anzuspringen. Das war ein bisschen Fail. Der Fall, der Fail. So, jetzt. Also, wo ist der Ast? Äh. Ich mach grad echt gefährliche Sachen. Juhu. Soll ich mal versuchen, in der Luft zu tanzen? Juhu. Oh. Schafft es das Oceanac oder ich? Auf dem Trampolin zu bleiben? Äh, du warst grad. Ich hab's gesehen. Dann nochmal. Ich hab gewonnen, juhu. Und ja. Oh. So, das ritt. Juhu. Oh, wow. Ach so, ja. Auf diesem Baum kann man stehen. Bloß auf diesem nicht. Juhu. 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 Hm. Und ja. Da ist Metall Ochsen. Zwei Metall Ochsen. Hm. Okay. Das wär' eigentlich voll das gute Versteck. Wenn ihr mit euren Freunden irgendwie Verstecken spielt. Hier in dieser, in der Dopp-Ni. Könnt ihr hier, man kriegt mein Oceanac eigentlich aufgraben. Das dauert jetzt aber echt lange. Dann könntet ihr euch einfach hier irgendwo in den Korallen, oh mein Gott, als Baby. Wenn ihr als Baby seid, könnt ihr euch eigentlich voll gut verstecken. Jetzt müsstest du schlafen gleich. Äh, so. Nein. Wo ist mein Oceanac? No. Nein. Nein. Kannst du nicht nachsch... Boah. Irgendwie dachte ich gerade, ich hab gute Augen. Äh, ja. Kannst du nicht schlafen. Nein. Sollen wir es hetschen. Irgendwie will ich nicht. Ich will jetzt nicht nur meine Roblox ausgeben. Aber für euch Leute, wenn es einfach nicht schlüpft, ist mir jetzt egal, was rauskommt. Oh, ein Seepädchen. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott. Guckt euch dieses Seepädchen an. Oh mein Gott. Ist es rare, oder? Ja. Das ist ja voll süß. Irgendwie hat es sich gelohnt. Dieses Seepädchen, das sieht so süß aus. Ich will dich doch nur anschauen. Oh mein Gott, bist du süß. Machen wir jetzt mal wieder groß. Und das hier fehlt jetzt. Achso, jetzt weiß ich, warum das ist. Oh, Schneckbecker. Oh mein Gott. Das ist so süß. Es hat sich jetzt richtig gelohnt, finde ich. Und ja. Ich würde sagen, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kommentare da und so weiter. Lasst ein Abo da. Und ja. Dann auf jeden Fall. Ciao.